hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge satisfaktor hier aus dem studio mein name ist master schüler bei uns in chaos und thompson hallo hallöchen so ich habe das inventar voll mit irgendwelchen merkwürdigen dingen die will ich jetzt erstmal in der forschungskiste ablegen thompson baut wahrscheinlich fleißig an materialien und ich fülle gerade die generatoren auf wahrscheinlich auch sehr cool wenn wir da kohle generatoren demnächst ja auch stellen ja 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 durchaus und chaos baut aus so kann ich die nach unten wollen ich verstehe wo ich eine gelbe schnecke der power läuft wieder das war schon mal schön wir bräuchten dann auch wieder viel biomasse ist nicht mehr so viel da oder sie mal sammeln geht's ja mache ich dann noch irgendein erz eingesammelt das brauche ich nicht das brauche ich nicht das brauche ich nicht blütenblätter okay auch jemand reinpacken wieso sind die container mit biofew beide leer oder wie und erst leer und nach fast ich habe es raus genommen und wir haben jetzt noch 6 decks und das ist ein bisschen wenig ich habe jetzt alle generatoren voll befüllt ja dann gehe ich mal in wald war da drüben und hole mir noch ein bisschen biomasse dann kotze ich mich vorher mit dem material aus was ich noch habe hier ein lizard doggo stand übrigens hier oben die ganze zeit also der steht quasi vorm förderband und versucht runter zu dir zu kommen aber bleibt am förderband hängen ja das ist natürlich schade aber was willst du machen ja ein jetpack für ein lizard doggo ja das brauchen wir dann wohl kann es sein dass die das exoskelett auch fallschaden ab deshalb stehe habe ich nicht so schnell machen wir jetzt mal kettensäge frei hier müssen wir jetzt noch ein bisschen in den wald hier ein bisschen einnorden um genügend material zu haben wieder um bio treibstoff zu machen es bleibt nicht aus es muss immer mal gemacht werden immer mal wieder dass wir das kettensägen massaker 13 spielen oder wie heißt der film 346 28 viele meines erachtens nach einfach zu viele ich weiß findet ihr horrorfilme in irgendeiner weise interessant oder sowas wie so oder keine ahnung weiß nicht also wenn so ein bisschen horror dabei ist hört es mich nicht aber nur horrorfilme wo nichts anderes passiert als irgendwelche ja genau das interessiert mich ja genau also ich finde diese psychohorrorsachen die finde ich dass das geht noch weißt du wo es denn so ein bisschen so 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 ein bisschen abfuck im hirn ist aber du nicht diesen die ganze zeit irgendwelche leute sie die abgeschlachtet werden oder von kettensägen zerlegt werden und psychohorror das finde ich doch das geht noch das ist ja so thriller mäßig meinst du ja weiß ich nicht wo zählen das ring dazu ja ist schon eher horror ne also sowas dass das geht ganz gut das war ja so lustig du hast ja wirklich in dem film hast du ja manchmal einzelnen frame wo du nur den ring siehst ne ja und weil im kino hast du nur 24 frames das heißt da merkst du es schneller dass du also da merkst du diesen frame schneller weil wenn es zu 60 frames hast dann wirst du das nicht so leicht mehr ja ja gut wie ist das bei dvd die können auch einfach auf 24 und auf jeden fall wo ich diesen film das erste mal geguckt habe meine damalige freundin den film unbedingt gucken wollte ja gut dann bitteschön kann man machen aber es ist nicht so richtig wirklich so für mich wir gucken wir uns filmen da gibt es auch diese szene wo sie mit der fähre rüber fährt auf die insel auf jeden fall gibt es eine szene wo sie mit dem rüber fährt zur zur insel mit der fähre und da springt ein pferd vor lauter aufregung halt über die reling von dem schiff runter und ich glaube entweder kurz bevor oder kurz nachdem das pferd quasi unten im wasser aufkommt da sieht man für ein frame quasi den den ring ring und das ist natürlich gleich instant aufgefallen weil naja hab da halt in die zugeguckt und war gerade so fasziniert von dem pferd was das macht muss ja sagen wenn fern an filme vorkommen finde ich die szenen mit den pferden immer ganz interessant aber jetzt nicht nur ein pferde flüsterer sondern eher so in solchen und erzähle ich gleich noch eine geschichte zu und auf jeden fall habe ich jetzt gesagt hast du ihn gerade den ring gesehen davon wollen wir reden wenn du den ring in den film siehst dann ruf deine an und dann ist vorbei ich sag doch und dann habe ich frame vor frame zurück also stelle hingespult in den frame vor frame vor und dann habe ich dann das bild quasi genau an der stelle eingefroren und da muss ich ganz naja ganz das war hier ganz unheimlich oh gott nein doch was weg ja lustig ja muss ich sagen aber um noch mal auf die szene mit pferden zurück zu kommen da gibt es ein film ich glaube dass cell heißt er der ist mit jennifer lopez ja die hat auch filme gemacht keine guten aber wird zu machen so und da rennt sie keine ahnung warum also sie ist irgendwie traumdeuterin oder rennt man träumen von leuten rum also sie ist psychologin oder so was oder kinderpsychologin sogar fuck ja mein gott das ist halt ein ehrenwerter beruf muss man ja auch aber auf jeden fall kommt da eine szene vor wo sie von einem pferd träumt und sie geht so zu dem pferd hin und mit malfallen von oben ja so wie fallbeile runter also ganz scharfe messer die quasi durch das pferd durchgehen also so guillotinen ja genau so aber aus glas dann die durch das pferd durchgehen und dann wird das pferd wie so eine ziehharmonika auseinander gezogen und du siehst in scheibchenweise so das pferd das fand ich war keine schlechte szene also war cool muss man ehrlich sagen also da war viel schönes dabei und hier nicht schwefel rum dann kann ich auch keiner abbauen wenn ich schon mal hier bin hast du da jetzt alles an förderpand abgebaut nein nur so weit wie ich konnte ja weil ich kann es jetzt nicht aufbauen weil mir beton fehlt das ist natürlich schade muss ich jetzt noch ein bisschen schwefel abpacken also steht eine kiste ja bis dahin konnte ich abbauen ja das ist alles nicht so einfach wenn man doppelt mich ja welchem film ich mir jetzt demnächst noch anschauen will ist 1917 ok er soll sehr gut sein weil er halt quasi wie einen one take gedreht worden ist und die verwenden dort ganz viel cgi aber so dass man sich zieht einfach um die szenen zu verbinden die sie gedreht haben damit es ausschaut wie ein one take fand ich schon irgendwie witzig ja hier wurde aber nahegelegt ich solle mir doch mal 365 tage angucken was ist das guck mal am besten mit deiner freundin ok sagst du zu ihr so heute machen wir immer nix und gucken nur den film an ok aber ich denke mal sie wird wissen was das für ein film ist deswegen darfst du es ja nicht vorher sagen wenn ich das film mache also einfach film anmachen dann gucken wir das nicht ok da haben wir ja nicht irgendwo hast du den hype um 365 tage nicht mitbekommen haben wir eigentlich irgendwo eine quelle von eisen neben kupfer dass wir stahl machen können wieso neben kupfer wir machen aber stahl machst du doch aus kohle und eisen oder kohle ja ja kohle kriegst du ja angeliefert von karten aber haben wir nicht so ein zusätzliches rezept eine stahlproduktion schon aber wir erforschen doch ja weiter eine stahlproduktion da musst du aber so ein paar rohre hin ja also kohle kannst du erstmal also du kannst vor sie wiegend erstmal aus kohle äh aus dieser kiste neben der forschung weil ich jede menge kohle drinnen und da habe schon ein bisschen was abgelegt die kohle kannst du erstmal nehmen und kannst du quasi verwenden und da stahl draus kochen dann erstmal provisorisch irgendwo aber so ein paar hypes habe ich generell nicht verstanden zum beispiel gute mädchen lügen nicht oder so ja ich fand diese serie so langweilig ich habe es nicht geguckt also ich habe erste folge halb reingeguckt und dann war es vorbei ja glaube ich die kohle an die kohle liegt momentan also noch kommt sie nicht an weil das fördern wir noch nicht steht aber die liegt bei der forschung da gibt es da stehen nur so kleine kisten neben dem ach so und da in der ersten kiste vorne gleich und oder in der letzten also eine von den drei kisten wieder sind da ist jede menge kohle schon drinnen ja ich habe jetzt noch eine festplatte ins mem gehört ich habe mich da auch aufgekotzt mit all meinen materialien also ich habe doch alles was ich in der rundtasche hatte habe ich da reingeschmissen weil ich jetzt das förderband fertig legen holz holen gegangen bin und ich bin auch schon sehr erfolgreich mit holz und die biomasse 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 und von wo kommt die kohle? von wo? die kommt auch aus der richtung wo die forschung steht aus dem osten aus dem osten kommt die da wo chaos die ganze zeit rumbaut ist da ein container? ja genau ja aber da ist doch keine kohle drinnen soll ich das fertig machen? das macht chaos nein also du kannst du kannst quasi schon mal die anschlussstelle in der basis bauen falls du das meinst und den rest machst du? weil du hast gesagt du hast keine materialien ne ich habe gerade welche geholt ich renniere gerade wieder zurück ich werde jetzt nur diesen zick zack weg hier der da quasi runter geht werde ich abbauen weil ah ja und ich sehe gerade was vielleicht dein problem war dass es nicht lockt wenn das förderband zu hoch in der luft ist dann geht das nicht nein das ist direkt am boden das also ich habe es auch nicht hingekriegt aber ich verstehe auch nicht wie du es hinkriegst dass du diese verteiler auf dem förderband setzen kannst und die dann funktionieren das geht es bei mir auch nicht ok das geht bei mir teilweise das hat bei mir noch nie funktioniert ich habe das schon öfter mal probiert und dachte mir so das geht doch bei ihm warum geht das bei dir nicht aber bei mir geht das echt nicht ja ich habe das immer so gemacht ja ja also hat es bei dir auch immer funktioniert quasi ja 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 ich versuche mir das überhaupt nicht ja 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 leitern leitern sind gruselig ah aber ich habe jetzt auch quasi seine leitern nach oben gemacht das exoskelett kann man nicht abschalten oder? ja ja wieso willst du das abschalten, dass du nicht so hoch springst? ja wenn ich hier arbeite in der höhe dann wäre das abschalten schon cool weil wenn ich einen kleinen sprung auf ein förderband drauf machen muss oder so ist das schon echt gruselig ja mh oh ist weg so ist der falsch rum der ist falsch rum der liegt alle schauen in eine spezielle Richtung, als er eher da ah so drauf drehe ich den auch ja Alle gucken so das Brennende Haus, nur Klaus, der guckt so aus. Hammer Klaus. Hammer Klaus. Sorry für alle die Klaus heißen und hier zugucken. Vielleicht wird es euch ja warm ums Herz. Bei dem kleinen Scherz. Lernereim ohne zu schleimen. Ein Wahnsinn gell? Und wo? Kennst du den, der Lernereim ohne zu schleimen? Immer. Kennst du den wahrscheinlich nicht, oder? Kommst du denn? Was? Kennst du den, von wem der Spruch kommt, der Lernereim ohne zu schleimen? Nein. Ja, du kennst ihn aber noch. Es sagt mir jetzt aktuell nichts. Mann, da klingt es. Ah, okay. Da klingt es nicht bei mir. Ja, ich habe mich so intensiv gesch... Jetzt sind mir die scheiß Rohre ausgegangen. Kann es das sein? Ah! Der Elementar ist ganz schön voll. Ich denke, ich kann Holz nur aufnehmen. Und die Bäume verschwinden trotzdem, das ist ja fies. Das Schöne ist, mit diesem Exoskelett ist man so schnell diese komische Pupslanze, die kommt gar hier aus dem Knick, bevor man an ihr vorbei ist, ne? Ja. Ich stehe dann auf und dann rennst du dran vorbei. Mensch. Scheiße, ich habe meinen Einsatz verpasst. So richtig, dann lässt du so richtig die Blätter hängen. Was ist das? Ah, was ein Blödsinn. Entschuldigung. Ich rede gerne Blödsinn und das hat aber auch gar keinen Sinn, denn es ist Blödsinn. 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 Blödsinn mit Blödsinn. Achso, ich brauche da ja eh immer nur einen quasi. Genau. Blödsinn mit Blödsinn. So. Das sollte jetzt doch erstmal für eine geraume Zeit dafür sorgen, dass wir jetzt hier wieder Biomasse produzieren können und Biofuel. Oh, da sind doch schon wieder ein paar Stacks drinne. Hast du ein paar Stacks auch zurückgelegt oder so? In den einen Container, Thompson? Ich habe alles wieder zurückgelegt. In den... Vier Stacks hast du zurückgelegt oder was? Oder fünf. Ähm, könnte mir wer vielleicht Rohre vorbeibringen? Ja. Komm mal gleich. Welchen brauchst du denn? So viele wie möglich, würde ich sagen. Viele wie nötig. Wer ist hier für ein Turm? Oh. Da wird was gebaut gerade. Hm? Ich sehe einen Thompson zwar nicht, aber er baut hier irgendwas. So. Ähm. Haben wir irgendwo einen Rohre Puffer? Hier haben wir einen Rohre Puffer. Ich habe hier. Ich bring sie ihm. Du bringst sie ihm? Okay. Hol dann noch Kohle. Achso. Okay. Jut, 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 jut. So. Da die letzte Folge so viel zu lang war, wird diese jetzt mal ein bisschen kürzer als normal. Aber da müssen wir jetzt einfach mal durch. Denn ich wollte jetzt nicht noch mal irgendwas Neues anfangen in den letzten zwei Minuten des heutigen Tages. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und ein Abo. Ich würde mich riesig darauf freuen, dass wir beim nächsten Mal wiedersehen. Das war eine Runde Satisfactory mit Chaos und Thompson. Ich habe mich heute hauptsächlich wieder darum gekümmert, den Wald zu dezimieren. Es ist auch wirklich zu sehen, dass ich da hinten einfach mit der Kettensäge durch bin. Und habe ordentlich Material herangeholt, damit hier wieder Energie oder der Energieträger hergestellt werden kann, aus dem wir dann Energie erzeugen. Das wollen wir ja demnächst umändern, dass wir dafür Kohle als Energieträger nutzen und die uns dann transportieren lassen. Und ja, vielleicht kann man dann ja auch noch eine Elektroschnecke irgendwann mal anlecken und kriegt einen Schlag. Ähm... Was? Was? Achso, ich erzähle Blödsinn. Entschuldigung. Ja. Naja. Egal. Macht nichts. Ist wie so eine 9 Volt Batterie, so eine Elektroschnecke. Habt ihr schon mal einen 9 Volt Block so mit der Zunge dran geleckt? Ja. Und? War es jetzt angenehm oder... Ja, nicht so. Standen die Haare zu Berge, war es zuckend? Ey, das ist nicht so schlimm, finde ich. Nicht so schlimm. Was schlimmer ist, wenn man eine Plombe hat im Zahn, so eine... Und dann mit Alu drauf beißen. Und dann mit Alu drauf beißen. Und dann mit Alu drauf beißen. Ja, das ist ekelhaft. Das stimmt. Alles klar. Dann... Tschüss. Tschüss. Tschüss.